Ja, bei uns in Wolf! Ja, bei uns in Wolf! Sie kamen mit transparenten Kerzen und sogar einer eigenen Hymne. Die Menschen aus dem Wolfhager Land bündelten wieder einmal ihre Kräfte, um gegen die feststehende Schließung der Geburtshilfestation zu protestieren. Die Aktion fand vor dem Gebäude der Gesundheit Nordhessen Holding in Kassel statt und wurde vom Bündnis aus Politik, Kirche und engagierten Bürgern organisiert. Zur Überraschung aller Teilnehmer öffnete GNH-Chef Dr. Gerhard M. Sontheimer für die rund 60 Demonstranten die Türen des Verwaltungsgebäudes, um mit ihnen zu diskutieren. Es entwickelte sich eine emotionale Gesprächsrunde, in der Dr. Sontheimer sowie Kreisklinik-Geschäftsführer Bernd Telenius die Gründe für die beschlossene Schließung noch einmal mithalten. Für die Wolfhager bedeutete dieses Forum eine geeignete Möglichkeit, um ihren Ärger und die Wichtigkeit der Geburtshilfe zu unterstreichen und alle Einzelheiten zur Schließung aus erster Hand zu erfahren. Auch wenn die Geburtshilfe erst einmal geschlossen ist, werden die Menschen aus dem Wolfhager Land ihre Hoffnung nicht aufgeben. Sie werden auch in Zukunft weiterhin alles versuchen, um ihren Teil zur Wiedereröffnung der Station beizutragen. Schließlich haben die Verantwortlichen in den nächsten beiden Wochen konkrete Gespräche angekündigt. Bernd Telenius Bernd Telenius Bernd Telenius Vielen Dank.